Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, heute ist der vierte Advent. Es ist sehr kalt hier in Rüsselsheim. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Das ist eine Zeit der Besinnlichkeit. Wir denken an unsere Familien, wir denken an Freunde und Bekannte. Wir denken aber auch an die, die uns vielleicht verlassen haben in diesem Jahr. Wir wollen zusammen mit unseren Lieben feiern. Leider gibt es auch Menschen unter uns, die das nicht können, die aus der Ukraine zum Beispiel zu uns gekommen sind und große Teile der Familie noch in der Ukraine, also in einem Kriegsgebiet sind. Wir sollten diese Zeit der Besinnlichkeit aber auch nutzen, auf die zuzugehen, die vielleicht zu Hause sind, die einsam sind, die Zuspruch brauchen. An die sollten wir denken. Und wir sollten uns daran orientieren, dass wir das, was wir an guten Dingen haben, an Gesundheit und so weiter, dass wir das bewahren und dass wir uns für die einsetzen, denen es nicht so gut geht. Ich wünsche Ihnen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, schöne, besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Das kann sich Jens-Grode Stadthorn vorstellen.